Hey Leute was geht hier ist Dima und willkommen zu einem weiteren gesponserten Rogue Company Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr mein letztes Rogue Company Video schon gesehen habt, dann wisst ihr ja, das Spiel ist ein 4 vs 4 3rd Person Tactical Action Shooter, der das Schicksal der Erde in deine Hände legt. Man spielt als einer der Agenten von Rogue Company mit verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, in verschiedenen Game Modes wie zum Beispiel Strikeout oder Zerstörung und versucht das gegnerische Team auszuschalten. Wenn ihr euch das Spiel im Epic Games Store holt, dann könnt ihr mich mit dem Creator Code Ausfernsehen unterstützen. Falls ihr oder eure Teammates in dem Game gedownt werdet, dann könnt ihr euch auch gegenseitig aufheben. Man kann das Spiel auf der PS4, Xbox One, Nintendo Switch und natürlich auch im Epic Games Store am PC spielen. Außerdem verfickt es über Crossplay, das heißt ihr könnt mit allen euren Kollegen, egal von welcher Plattform, zusammenzocken. Checkt gerne den Link in der Videobeschreibung aus, dann kommt ihr direkt auf die Seite von Rogue Company. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Junge, halt's mal! Du Vollidiot, Alter, komm her! Oh, ist die untrüppsel. Und von ihr? Einer kommt von hinten. Einer mit einer von hinten. Digga, aus Close Range. In dem LMG abgesausten. Boah. Pies, ne? Von hinten. Oh Gott, die Nate. Ich bin platz, die Nate. Der kommt da. Good job. Oh shit, war das intensiv. Die kommen bei mir, die kommen bei mir. B. Was passiert hier anders? Kanate! Ich hab dir in die Füße, Marvin. Ich hab so'n Ding drauf. Was für ne? Ey. Hey. 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 Warte. Ah. Mein Gansch ist auf die gekillt. In 4R Game. M-m-m-m. Smashes. M-m-m. Junge, suchen wir? Wer sucht denn, Digga? Wo? Wo ist denn einmal? Ich hab mich schwer. Aber ich hoffe. Bruder. Pass auf, pass auf. Mann. Ey Digga, was ist denn das jedes Mal? Ich hab sie. Nice. Oh, perfekt. Messer. Junge, was fliegt hier alles? Ich knife ihn. Hälfen sie mir, helfen sie mir. Fuck dir mal ran hier. Ich dachte, der andere ist jetzt nicht auf Cover. Boah. Junge, ich schau mal einen. Digga, die pushen direkt durch den... You okay. You okay. Ist das Timo? Oh. Nein. Beide hier. Wow. Beide oben. Bei dir. Eines bei mir. Bei dem Dimo. Komm, Timo, komm. Bei dem Dimo gesetzt. Ey. Wollen wir uns. Oh Gott. Beide gerultet. Was? Ich kann nicht... Ja, wir haben beide gerultet. Oh, da ist er noch. Oh, nein. Hintergrund. Tut drauf, tut drauf. Oh, ich wollte mein Schild entstellen. Bist du da noch? Ja. Morvin, Morvin, Morvin. Du musst nicht, wie ich das Schild entstellen mit Morvin. Ich hab ihn geborgen. Ja, das hat ihn geborgen. Die zieht sich rüber. Die ist rechts. Die ist raus. Nein. How bad. Meise. Einer flankt, Jungs. Oh, Schockern ist geil. Holy shit. Oh, ich seh nichts. Ich spür's. Hehehehe. Wurde gepinkt. Du kannst ja auch mit Q einen den nächsten pingen. Ey, das ist B, das ist B. Das ist aber die komplette, Mann? Das ist B, das ist B, das ist B. Jungs, B, B, B. Das wäre nur im Radius. Hä? Da ist ja keiner. Da ist einer, Max hinter dir. Er blendet. Er ist fast tot. Er ist tot. Down. Hallo, Janis. Machen wir den hier. Hinter uns habe ich. Oh, er hat kassiert. Nice. Hä? Wir müssen nicht defusen? Nein, die haben nicht geblendet. Ich hab den gekillt, bevor er geblendet hat. So. No. Ich bin verklickt. Hier ist einer vor mir, vor mir. Komm zurück. Nice. Bin zerfinished. Mach den nächsten. Du müsstest schnell killen, dann kann ich noch einen machen. Oh, okay. Ja, ja. Nein, Max. Ich hab noch einen, aber hier ist noch einer. Ja. Ich hab mich direkt gefinished. Was für ein Opfer, Digga. Du ziehst ihn aus, komm. Das ist ein Shot. Boah. Oh, das ist gar nicht das Objektiv. Holy shit. Das ist nicht richtig. Ich hab ihn nicht einer sauen. Oh, von hinten, von hinten. Da. Noch einer sauen. Was hat du wegen, ich seh den nicht, also. Ich defuse, ich defuse. Ich scanne. Nein, ich kann doch nicht. Hä, wieso kann ich die scanne? Keine. Ach, der kann, äh, der, 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 der. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, ich hab ihn defused. Easy win, easy life. Du kriegst rein. Enemy sported. Ich brauch die Axt wieder. Habt ihr Axt? Ich hab ne Axt. Einer ist hinter uns. Ich hab ihn. Ich hab ihn abgeworfen. Aber, ah, einer defused. Der war noch einen. Ich hab auch noch einen. Hab ihn. Ach da. Auf Axt. Well done. Ey, Jungs, bis, Jungs, bis, Jungs. Oh, mein Ohr ist abgeflogen. Hier ist einer, hier ist einer, Jungs, hier ist einer. Oh mein Gott, ich bin dort. Hab ihn. Ich hab vier Leben. Einer flankt uns, einer flankt uns. Ich falle hier oben ab. Oh shit. Ist low, ist low, ist low. Nein, da ist irgendwas auf den Boden gebringt. Mach Ace, Digga. Guck mal, Dima, wir haben jetzt drei Kills. Oh, no, 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 no. Hier ist einer, hier ist einer. Direkt rechts. Mein Kiel ist aufgetoppt. Ich nehme so einen Headshot gegeben. Bei mir, bei mir, bei mir. Sie ist bei mir. Von hinten? Sie ist bei mir, sie ist bei mir, sie ist bei mir. Ich komme, ich komme. Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Und einer ist rechts. Komm, und jetzt. Ach, halt, Maul, Digga. Hier ist so ein Explosive-Ding, ne? Boah, wir sind... Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Bei mir, bei mir, bei mir. Is der low? Hälfte. Wir haben nur noch einer, das ist der letzte. Wo ist der, wo ist der, hast du gesehen? Hä? Das ist doch, das ist doch. Hä? Ich habe einen gedowned. Warte mal kurz. Er wurde gerast. Die Drohne. Wie aggressiv der Push. Blende mal einer. Ey, er ist One-Shot, er ist One-Shot, er ist One-Shot. Ah. Hä? Er schwimmt. Ja. Nein. Komm, ich raus. Was? Ich habe die Bombe. Wo ist die jetzt? Ah, komm, komm, komm. Du kannst die pläten, du kannst abpläten, komm, komm. Ja, der Idiot. Ich habe die Bombe nicht mehr. Du bist so dumm, ne? Gib her. Du musst noch ein bisschen Zeit rausholen. Okay, jetzt vorbei. Dance, man, dance. Oh, das ist so ein bisschen mies, ja. Das ist so ein bisschen Zeit rausholen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga, ich brenne. Die kommt zu mir, sie will mich jagen. Jungs, Hilfe. Hab sie. Ah, nice. Max, Alter. Einfach der heftigste. Nein. Zwei spawnen. Bei dem. Wir werden eine Bombe. Riech. Einer ist da unten. Der sitzt auf dem Flugfeld. Spawn. Ich fäng mir mein Messer raus, Bruder. Lass sie, lass sie boxen. Sie ist da hinten, Jungs. Lass sie boxen. Box sie, box sie, box sie. Sie hätten nur Sniper und Pistole. Box sie, box sie, box sie. Box sie. Willst du mein Messer? Wo ist sie? Ich kopp dich auch. Box sie, box. Ja. Ich glaube, da flankt einer hier. Po, ich zähl. Anders. Hilfe, Hilfe. Ich hab nichts gekauft. Ich war nur am Tank. Geil. Jo. Hä? Wann hast du so eine Pistole? Jawohl, Wann. Au. Was macht der? Oh, holt der mir. Da war's. Fuck, der spawnscht noch, Jungs. Einen hab ich. Einer down. Einer hier unten down. Der wird verweilt. Junge, der Typ. Da hinten ist einer. Nice. Oh mein Gott. Oh, oben, oben. Spawn, spawn, spawn. Oh, fuck. Er hat die ganze Zeit, er hat die ganze Zeit den hier gemacht, Jungs. Den hier. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr euch das Game kauft, dann könnt ihr mich natürlich gerne mit meinem Creator-Code aus Fernsehen im Epic Game Store unterstützen. In der Videobeschreibung findet ihr nochmal einen Link zu der Seite von Rogue Company. Und ciao. Oh, das ist so crazy, mother... 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 Bis zum nächsten Mal.